God of War und weitere Highlights der State of Play. Das Sequel von Breath of the Wild hat endlich einen Release-Termin und Babylons Fall schließt die Server. Das und mehr gibt's jetzt in den News. Die News werden euch frisch präsentiert von TikTok. Gestern Nacht fand wie angekündigt die State of Play statt und oh boy. Eine Zusammenfassung von allem was angekündigt wurde, findet ihr wie schon angekündigt auf GamePro.de, den Link dazu packe ich euch sehr gerne in die Videobeschreibung. Das absolute Highlight des Abends war aber wohl definitiv der neue Trailer zu God of War Ragnarok, dem inzwischen fünften Teil der Serie rund um Kriegsgott widerwillen Kratos und zweiter Teil des Reboots von 2018. Im neuen Trailer bekommen wir nicht nur noch mehr Lore und Cutscenes, sondern auch neues Gameplay. Wir sehen, wie Kratos sein nordisches Pendant Tür befreit, sie treffen erneut auf die von Trauer wahnsinnig gewordene Freya, in einer Szene sehen wir eine Flucht, in der offenbar Angreboda gerettet wird, in der Mythologie die Geliebte von Loki und Mutter der drei Kinder Hel, Fenrir und Jörmungandr. Und es wird natürlich wieder ordentlich gekämpft, dieses Mal unter anderem nicht nur gegen eine, sondern gegen gleich zwei Walküren gleichzeitig und am Ende sehen wir auch den heiß erwarteten Kampf gegen Donnergott Thor. Mehr Infos zum Spiel gibt's auf GamePro.de, Links zu den interessantesten Artikeln gibt's in der Videobeschreibung. Außerdem habe ich schon vor über einem Jahr eine Preview zu God of War Ragnarok gemacht und was ich angesichts der Mythologie erwarte, das Video verlinke ich euch sehr gerne ebenfalls in der Videobeschreibung und pack's hier oben in die Infobox. Aber das war natürlich längst nicht alles. Neben God of War wurde auch Rise of Ronin vorgestellt, das neue Spiel von Team Ninja. Die haben unter anderem die knallharten Souls-Likes in Japan, Nioh und Nioh 2 zu verantworten. Auch dieses Mal geht es wieder nach Japan, ins 19. Jahrhundert. In der Rolle des titelgebenden Helden Ronin schwingen wir unser Katana in einem Open-World-Action-RPG. Allerdings dauert es noch ein bisschen, Rise of Ronin ist für 2024 für die PS5 angekündigt und kommt eventuell auch für den PC. Weiter wurde Tekken 8 mit einem ersten Gameplay-Trailer angekündigt und beeindruckt in der Unreal Engine 5. Einen Release-Termin gibt's noch nicht, aber das Spiel soll wieder für PC, Playstation und Xbox erscheinen. Zur PSVR 2 an sich wurde nichts neues geteilt, aber die Enhanced Edition für PSVR 2 von Star Wars Tales from the Galaxy's Edge hat einen ersten Trailer erhalten. Das Spiel ist bereits für Oculus Quest verfügbar, kommt aber nächstes Jahr in verbesserter Version für die PSVR 2. Das war aber auch noch nicht alles, allerdings würde das jetzt auch den Rahmen der Show sprengen. Wenn ihr also noch mehr sehen wollt, was gestern vorgestellt wurde, dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung, der bringt euch zum Artikel auf GamePro.de. Und einige Stunden vor der State of Play gab es 40 Minuten Neuigkeiten von Nintendo in der Nintendo Direct. Hier gab es das größte Highlight ebenfalls erst ganz zum Schluss. Ein neuer Trailer zum Sequel von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aber nicht nur das, auch einen Namen und einen Release-Termin hat das Spiel endlich. Es heißt The Legend of Zelda Tears of the Kingdom und erscheint am 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch. Viele neue Infos konnte man aus dem Trailer allerdings nicht herauslesen. Die zweitwichtigste Ankündigung meiner Meinung nach war Bayonetta 3. Auch hier gab es einen neuen, heißen Trailer und einen Release-Termin, nämlich den 28. Oktober 2022. Dieses Mal müssen wir in der Haut der mächtigen Umbra-Hexe gegen die Homunculi kämpfen, um ein weiteres Mal die Menschheit zu retten. Am 20. Januar 2023 erscheint Fire Emblem N-Gage, das mit einem ersten Trailer angekündigt wurde. Am 4. November kommt It Takes Two endlich auch auf die Nintendo Switch. Man kann das Spiel dann im Koop an einer Konsole über den System-Link oder Online spielen. Das fantastische JRPG Octopath Traveler bekommt einen zweiten Teil, und zwar schon am 24. Februar 2023. Außerdem wurde Pikmin 4 bestätigt, einen fixen Release-Termin gibt's aber noch nicht. Und es wurden wieder neue Klassiker für den Expansion Pass des Online-Abos angekündigt, unter anderem GoldenEye 007, das aber nicht nur auf die Nintendo Switch kommt, sondern auch direkt auf die Xbox über den Xbox Game Pass. Das war ebenfalls nur eine kleine Auswahl dessen, was in 40 Minuten Präsentation alles präsentiert wurde. Auch hierzu findet ihr einen ausführlicheren Übersichtsartikel auf GamePro.de, den ich euch sehr gerne in der Videobeschreibung verlinke. Gerade mal seit sechs Monaten ist Babylons Fall draußen, da wird es auch schon wieder eingestellt. Es darf nicht mal seinen Geburtstag voll machen, das am 3. März 2022 erschienene Spiel wird am 28. Februar 2023 eingestellt. Entsprechend wird es bis dahin auch keinen neuen Content geben, alle geplanten umfangreichen Updates werden gestrichen. Die aktuelle zweite Season läuft noch bis zum 29. November, am gleichen Tag soll dann auch die finale dritte Season starten. Seit gestern ist es nicht mehr möglich, die Premium-Währung des Spiels zu erwerben, auch der Verkauf des Spiels wurde mit sofortiger Wirkung eingestellt. In der offiziellen Stellungnahme bedanken sie sich bei der Community über das viele Feedback, das sie erhalten haben, dadurch habe das Team das Gefühl gehabt, die Welt wirklich gemeinsam mit den SpielerInnen erschaffen zu haben. Trotz all eurer Unterstützung müssen wir wirklich traurig und mit großem Bedauern sagen, dass wir den Service für das Spiel nicht fortsetzen können. Wir hatten kürzlich erst über die Gefahren von Anti-Cheat-Software auf Kernel-Ebene berichtet. Aber die Publisher halten weiter am Konzept fest. Nach Riot & Activision Blizzard kündigt nun auch Electronic Arts ein eigenes Anti-Cheat-Programm an, das auf der Kernel-Ebene die Nutzung von Cheats in ihren Spielen verhindern soll. EA Anti-Cheat, kurz EAAC, kommt direkt von EA und wird erstmal mit FIFA 23 ausgeliefert. Begründet wird die Entscheidung damit, dass Entwickler von Cheat-Software diese ebenfalls auf Kernel-Ebene installieren lassen, weshalb man mit Schutzmechaniken dorthin folgen müsse. Dass das Programm mit FIFA 23 kommt, ist durchaus nachvollziehbar, immerhin wird der neueste Teil der Serie vollen Crossplay-Support haben. Bisher waren die Konsolen weitgehend von Spielern verschont, einfach weil es deutlich schwieriger ist auf Konsolen zu cheaten als auf dem PC. Wenn nun aber alle Spielerinnen und Spieler zusammenspielen, wird diese Sicherheit schnell schwinden. EA verspricht allen KundInnen, dass EAAC vernachlässigbaren Einfluss auf das Gameplay haben wird und dass das System nur aktiv ist, während Spiele laufen, die EAAC voraussetzen. Auch würde die Software keine Informationen zur Browser-History, nicht EA-Games oder sonstigem Sammeln sammeln, was nicht direkt mit Cheat-Shoots zu tun hat. Auch soll EAAC automatisch deinstalliert werden, wenn alle Spiele, die es voraussetzen, gelöscht werden. Nachdem es früher dieses Jahr angekündigt wurde und im Insider-Programm ausgiebig getestet wurde, gibt's jetzt für alle NutzerInnen der Xbox One und Xbox Series Discord Voice Chat Support direkt auf der Konsole. Theoretisch ist das ganz easy, in der Praxis muss man aber ein paar Schritte gehen. So müsst ihr als erstes auf eurem PC euren Xbox Account mit Discord verbinden, auch wenn ihr das eigentlich schon mal gemacht habt. Weiter müsst ihr die Xbox Mobile App installiert haben und die Konsole mit dem Handy verbinden. Jetzt könnt ihr auf dem PC oder auf eurem Handy den Discord Call starten und ihn dann auf die Xbox übertragen. Dann nur noch auf der Xbox akzeptieren und ihr könnt den Call direkt mit eurem Xbox-Headset führen. Zusätzlich führt die Verbindung des Accounts dazu, dass eure Freunde auf Discord sehen können, was ihr gerade spielt und wie viel Zeit ihr bisher in das Spiel gesteckt habt. Judgment und Lost Judgment, die Spin-Off-Serie von Yakuza, in der wir auf der anderen Seite des Gesetzes stehen, kommt endlich auch auf den PC. Das jedenfalls legt ein Fund des gut informierten Brancheninsiders Nebellion auf Twitter nahe. Der hat nämlich die beiden Spiele in der Datenbank der ESRB gefunden, wo sie für den PC zur Alterseinstufung eingetragen wurden. Eingestuft wurden sie natürlich, wie schon die Konsolen-Versionen, als M für Mature, also entsprechend unserer ab 18 Ratings. Letztes Jahr wurden bereits die komplette Yakuza-Hauptserie für den PC herausgebracht, gestern während des State of Play wurde außerdem ein weiterer Yakuza-Spin-Off vorgestellt, Like a Dragon Ishin, sowie ein neuer Teil der Hauptserie, ein direkter Nachfolger für Yakuza Like a Dragon. Und das war's direkt schon wieder mit den News für heute. Ich hoffe, die Show hat euch gefallen und ihr fühlt euch jetzt optimal informiert. Wenn dem so ist, dann hinterlässt gerne einen Like und einen netten Kommentar. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer gleich informiert, wenn wir etwas Neues hochladen. Wie zum Beispiel dieses Video zum Remake von Gothic 1 oder dieses hier mit vielen wichtigen Tipps zu Sims 4. Wir sehen uns morgen wieder zu den News, bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß und guten Loot!